So. Jetzt will nur mehr Baumstämme. Das Ziel habe ich schon gemacht. Gut. Baumstämme. So. 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 Das nicht. Pflanzenfasern. Kein Metall. So. 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 Das heißt Aluminium. 18 und Silber sind dann 12. ist das so richtig jetzt verstehe die frage ist jetzt machen ich bin ein drückläufer So. So. Kann man Metallurgie jetzt schon eigentlich? Die Hälfte werden wir dann mal... ...irgendwann schon weiterkommen. So. 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 ...deutsch. Oder noch was spawnen. So. 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 Okay. Sehr schön. Und damit gibt es auch gleich mehr. Und jetzt auch nichts. Sehr schön. Ich hätte mir ja gleich auch anders sagen können. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Was sind wir mit der Pilze running? Wie kriegt das Gemüse kommt dann raus? Das sagt mir nichts mehr. Ich habe jetzt auch schon alles gelernt. Und... Todeler. Ähm... Was ist das? Es tut mir leid. Was ist das? Jetzt gehen wir natürlich langsam. Ja, 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 ja. Also in dem Fall können wir das gar nicht machen. Wir können uns da nicht einfach eine Stachel hin, oder können wir schon? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, haben wir Wand. Sollen. 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 Sollen wir das so rundherum machen. Zack, 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 zack. Fenster, 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 Fenster. Sollen. I'll see. wenn man sich doch dann fernst du dann so viel zu groß wahrscheinlich dann das dach und dann erst aufsetzen wenn es soweit ist das heißt wir mal holz